Man braucht da ungefähr 10.000 Formelare. Bestimmt doch hier das kleine Diggerstück abgemeißelt. Äh, ich weiß es. Keine Ahnung. Deswegen frage ich dann einfach mal. Da kann sich denn sonst eher eine Marmorstatue leisten. Ähm, reicher? Äh, gibt's eigentlich nicht. Äh, ja. Totalistisch fängt das so? Mhm, eigentlich. Und nur der kleine Diktator ist reich genochtet dazu. Okay, und... Sieht man ja auch an seiner Körperfülle. So, und der Tunnel fährt meistens nach Holland und bringt da kilovase Blumen mit. Okay. Okay. Mhm, 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 okay. Aber wie gesagt, es steht immer noch die große Frage im Raum. Eben. Aber es wohl wo, was ist besser? Genau. Was haltet ihr von diesem Vergleich? Oder habt ihr vielleicht noch einen, äh, anderen Favoriten, der vielleicht auch noch ins Rennen geht? Wie zum Beispiel den Mercedes-Benz Actros oder den Iveco oder ein Renault? Thorsten, komm, den Mercedes-Benz Actros und den, äh... Komm, der Mercedes-Benz, der ist in Deutschland auf den Autobahnen, äh, sehr häufig vertreten. Ja? Äh, ja, aber den habe ich doch schon, den, den verbläst man doch mit Klicks. Äh, ja, im Spiel, okay. Das haben wir in dem ETS-Race, haben wir es ja ausprobiert. Aber die Frage ist halt, ähm, ob das in der Realität auch so ist. Und wenn ich hier schon mal Trucker dabei habe, äh, dann muss man natürlich auch, ähm, dann muss man natürlich auch mal solche Fragen direkt stellen, ne? Ne? Ich meine, wenn man schon mal die Möglichkeit hat. Ne? Ne, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, dann muss man die Fragen natürlich auch stellen. Oh, ich bin schon fast da. Das habe ich jetzt gar... Also, äh, okay. Da habe ich jetzt... Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt schon fast da bin wieder. So, und... Romerkurvo. So, okay. Okay, okay. Und eine Meile noch bis zum nächsten Let's Fail einparken. Okay. Okay. Ähm, es war eine Lieferung an einen reichen Mann. Okay, in Nordkorea gibt es tatsächlich einige reiche Menschen. Die, die wahrscheinlich mit ihr... Ich habe keine Ahnung. Und es war eine... Äh, von Kim Jong Il. Okay. Ja? Also, es hat es auch von Kim Jong Il geschenkt, einfach. Hm. Nein, kann ich nicht mehr. So, und das... Aber das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich das Abenteuerleste war, äh, was in irgendeiner Weise, was man da... Das vor allem, davon macht man mit Sicherheit auch einige Fotos noch, ne? Und ein bisschen Sightseeing... Da steckt man höchstens sowas in den Allerates. Und dann natürlich auch, äh, von der Reise selber macht man dann mit Sicherheit auch so ein paar Videos. Und so ein paar Fotos, ne? Zumindest kann ich mir das so vorstellen. Äh. Was, was darf man nicht mehr... Du darfst in der Stadt nicht fotografieren? Nein, darfst du nichts. Okay. Es kann ja rauskommen, dass die gar nicht so reich sind, die sie vorgeben. Wir haben am Bericht gezeigt, wo die hier Nordkorea waren. Und da haben die volle Läden und so weiter angezeigt und so weiter. Ja, okay. Es war überall volle Läden und alles drum und dran und alles super toll. Mhm. Und wenn man da... Da ist man für den Team endlich Schnee ran angegangen. Das war... Das war alles hier... Das waren alles Blockade, die Schaufenster liegen. Mhm. Da war nichts dahinter. War einfach bloß Papier. Äh, okay. Und der Tronels hat... Ich muss es leider erwähnen. Ich muss es mir auf der Zunge zergehen lassen. Äh... Er möchte gerne einen... Äh... FH16 mit 750 PS. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann es nachvollziehen. Ich hätte ihn auch gern. Was ist das FH16? Es ist der Volvo. Äh... Es ist der Volvo. Ja, genau. Entschuldigung. Ich stimme dir zu. Ich stimme dir absolut zu. Aber den Versuch, den darf ich jetzt nochmal angehen. Oder bin ich ein bisschen zu dicht dran gefahren? Und das, obwohl er denn nicht verblasen muss? Ähm... Ich denke mal, im echten Leben hat der Volvo ein bisschen mehr zu bieten. Ne? Als... Relativ... 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 Realität... Relativ... Ist halt... Ein Begriff... Äh... Wo... Kann ich denn hier... Ah, hier kann ich... Auf Platz fahren... Also irgendwie haben wir heute echt Glück. Irgendwie haben wir heute echt Glück hier. Da ich hier nirgendwo... Drück... Drehen kann... Ähm... Okay... Okay... Mhm... Okay... Ich wünsche dir eine gute Nacht, lieber Mark. Äh... Geh scharf gut. Und wir sehen uns mit Sicherheit im nächsten Livestream wieder. Bis denn dann. Tschüss! 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 So... Okay... Nein... Leider, Leider... Okay... Und... Er hat... Kim Jong Un... Aus der Ferne... Äh... Auf dem Podest gesehen. Weil er... Das war wahrscheinlich auch so ne Statue, ne? Ja gut... Warum soll er sonst auf dem... Auf der Statue stehen? Aber ansonsten bleibst du die ganze Zeit im EU-Raum? Okay... Hm... Okay... Also so ne Ferste halt wirklich komplett in der EU rum, ne? Okay... Aha... So... Okay... Dann geht's jetzt in eine neue Runde voller Spielspaß... Und... Fehlversuchen... Lieber Erti... Dat... Wird nichts... Das... Wird... Nichts... Genauso wie das... Wird... So... Okay... Da stelle ich mir teilweise schon abenteuerlich vor... Also wenn man wirklich so weit fährt... Fährst du denn... Auch... Ähm... Schwertransporte? Oder fährst du auch... Oder fährst du ganz normale... Äh... Oder fährst du halt ganz normale Fracht? Wenn man heißt ganz normale Fracht... Also... Äh... Fährst du auch mit... Fährst du nach ADR... Ähm... Frachten aus? Oder... Äh... Fährst du auch... Äh... So... Okay... Und... Das man... Bis nach Nordkorea... Fast 17 Tage braucht... Das kann ich mir durchaus vorstellen... Das kann ich mir durchaus vorstellen... Und das ist noch schnell... Hm... So... Äh... Äh... Wir sind in Barstow... Der Kranwagen... Den... Es ist immer so wenig gewesen... Dann nehmen wir jetzt die Planierraupe... Okay... 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 Er fährt... Vorzugsweise für private Leute... Okay... Weißt du nicht immer, was du auslieferst? Okay... Was kann unter Umständen an der Grenze denn auch mal ein... Äh... Wenig komplizierter werden, oder? Weil du musst ja halt... Äh... Die Fracht ja auch angeben, wenn du über die Grenze fährst... Zumindest... Eigentlich schon... Äh... Eigentlich schon... Ne? So... Meines vorher vielleicht nicht... Und das kann auch sein... Also... Dass er halt gebucht wird... Von wegen... Juck... Du fährst jetzt... Äh... Meinetwegen... Konserven... Weil... Äh... Das war jetzt... Äh... Vermutung jetzt... Einfach wirklich... Du fährst halt Konserven von... A nach B... Und die Auftraggeber kümmern sich darum... Okay... Ja, aber... Wie gesagt... Äh... Gerade an den Grenzen... Ähm... Bitte jetzt nehmen... Jetzt nehmen wir... Bitte nicht die Illusion... Ähm... Ich geh... Ich hab die Illusion da wenigstens von... Dass unsere Grenze... Oder die Grenze im Allgemeinen... Ja... International... Was? Stopp mal kurz... Wenn er innerhalb der EU fährt... Hat er keine Grenzen... Ja... Sagen Schengen... Und da kann ja alles verschoben werden... Äh... Ja... Nur wenn der Zoll halt eben... Ja... Dann entsprechend... Mal kontrollieren sollte... Was ist ja das Problem... Innerhalb der EU... Du hast keine Grenzkontrollen mehr... Du kannst alles verschieben... Mhm... Du kannst doch auch geklaute Autos hinten... Auf dem LKW... Haben... Ja... So... Geht nicht mehr... Geht nicht dichter... Nein... Ich wusste es... Ja... Wo ist der Scheiß Zapfen... Das hat natürlich nicht gereicht... Meine Güte... Ja... Ernsthaft... Ja... So... Na... Ja... Okay... Und wieder runter... Das darf doch nicht wahr sein... Hier... So... Ähm... Hm... Das kann doch nicht euer Ernst sein... Oder? Was denn? Ich will den Scheiß Zapfen aufnehmen... Ich deaktiviere gleich die Option hier... Und das nennt sich LKW-Fahrer... Habe ich nie behauptet... Das habe ich nie behauptet... Dass ich ein LKW-Kutscher bin... Ernsthaft... So... Jetzt reicht es mir... Äh... Gameplay... Äh... Wo war das denn nochmal? Wo war das denn nochmal? Ja... Untertitelung des ZDF, 2020